W-Lauf 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 mit der 51 und 82, Huben Zillig. Und wir gehen durch bei 1,56. 1,56, Huben Zillig noch mit dabei, dann der Weißrusse, Jimity, Yamagowski. Und da schiebt sich alles ganz eng zusammen, Boris Wein noch vorne. Aber jetzt kommt die Konkurrenz, ein Geburtigerer und da wird vorbeigetreten, bei diesem 1.000-Meter-Lauf. Und da passt ein Sturm, wie bei Chirurgis, wie in der ganzen ersten 1, 2, 6 und 2, 25, 63. Also, das war doch unsere öffentliche Sache hier mit diesem Besau. Und wir sind gespannt, wo das endgüren soll, jetzt auf dem Fall.